Juhu, los geht's, los geht's. Jetzt lege ich meinen Atos auf die heulende Böe. Okay, was wollen wir denn? Geh mal auf Schaden ein bisschen. Ihr braucht ja eh keine Heilung. Wollen wir alle auf einen Weg gehen? Ich schon, ich habe jetzt keine Lebensmittel. Komm, wir gehen rauf. Es war noch einer, der mit mir hoch geht. Ich mach zwar keinen Schaden. Na komm, ich geh hoch. Na nicht deine Support drauf. Achso, ich habe ja geguckt. Ich meine, ihr sterbt dann zwar nicht immer, ihr kriegt doch nichts tot. Wer ein und ist gegenseitig tot, genau. Gib mir ein Schild, ich gebe dir Heilung. Mit Anubarak und Stitches auf einer Lane war toll. Ja, wahnsinnig stabil. Haben nichts kaputt gekriegt, aber hey. Wir können was, nämlich gut aussehen. Wer da auch. Komm, wir knubbeln. Man hört das Lippen sogar. Tatsächlich. Komm, man greif mich an, greif mich an. Ich kann nichts, greif mich an. Hehehehe. Ach, Sakara geht eh immer gleich kaputt. Zack. Ach, das ist die Drachenmap, die lag bei mir immer so ein bisschen nach. Fein. Ach. Hier kriegst du ein bisschen Heilung. So, wohin? Willst du den Zagara töten? Äh, den Azebo töten? Da in der Mitte, ja. Komm Drachy, du schaffst ihn noch. Jawoll. Hey. Braves Drachy. Es ist aber schön, den Drachen auf jemand anderen zu casten, der noch hinterher rennt. Oh, oh, oh. Da geht einer unten rin. Ja. Tito, weil da geht nämlich gerade einer von einem gegnerischen Team runter. Ja, dann macht ihr den und ich bleib aber in der Mitte, wenn ihr den gerade holt. Ich bin mal schon mal reingelatscht. Sauber. Astages kommt auch noch. Warte, ich heil mal ein bisschen. Mal noch aufrunden. Ah, ist das mich gerade selber geheilt? Okay, erstmal gucken. Ich muss gerade überlegen, was ich nehme. Ach komm hier. Oh ja, heil dich doch wieder selbst. Genau. Irgendwo noch irgendwas zum holen oben. Rumpstehen ist ungünstig. Erstmal lass das Zeug hier vorne noch weg machen. Wegen dem Drachenritte. Oh, what the hell. Du hast eine nicht so optimale Skill für Valar. Ich kann dir mal einen Tipp geben später, wenn du die noch mal spielen möchtest. Okay. Wo er richtig reinhaut. So, wo wollen wir denn hin? Ich geh mal nach oben. Es scheint da oben so ein bisschen rum zu zingeltangeln. Ah, noch mehr. Wohl keinen Schaden machen. Jaaa. Hey, ich habe Lili auf Schaden ausgeteilt diesmal. Weil wir haben ja so viel Support. Lass mal da weg, There. Hier, nimm mal das. Machen wir mal Creeps Camps oder so? Ja, Funnel start. Leere, lauf! Lass mal Brunnen nehmen. Ach, gay. Mehr XP. Machen wir im Süden mal die Creeps von dem Gegner kaputt, sonst rennen die bei uns durch. Komme. Ja, zerstören uns nämlich gerade die... Lass uns hier das große Camp nehmen, wenn wir schon hier sind. Ok, ok. Ja, ja. Geh weg. Bye, bye, baby. There, stirb mir nicht weg. Nö. Sagt er einfach so. Mh, mh, mh. Ja, das ist super. Okidoki. Hiiii. Uri, was würdest du jetzt für Talent nehmen? Der Creepsüße? Oder sagen wir der andere sagt? Ja, das Problem ist, du hast dir schon mit den ersten Talenten schon relativ viel Skillung verbaut. Das ist halt das Problem. Da kannst du dann nach... Ja, mach. Der Creeps ist relativ kacke, wenn ich... Also... Oh. Oh. Entschuldigung. Sorry. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Es lebt. Oh, bitch. Yeah. Yeah. Hier unten ist noch so ein bisschen Kropzeug gerade, was unsere Türme kaputt machen möchte. Los da, weißt du, die nehmen wir zu zweit. Mit, äh... Ja, ähm... Aua. Äh, Ricky? Wechseltsches. Hatte, ähm... Was hat... Was war jetzt mit dem, ähm... Mit dem Charmy? Ähm... Tut mir leid, dass ich so lange Knelle hatte. Ich hab jetzt den verknüpfen. Dankeschön, du zwei. Äh, ne, ich beziehe mich eigentlich eher auf deinen Post sozusagen, nach dem Motto, der will unbedingt in unsere Gilde. Mhm. Ich hab ihn im Quack, ob er jetzt überhaupt nur mit dem Snick Raiden mag, ob du... Und... So... Darfin, ja, auf jeden Fall, und er hat auch grad, äh... Ich hab's gesehen, eine Counter-Shield zum Bedehungspann. Ah, die sind jetzt leergeschossen? Hm, ich muss gleich mal kurz ein bisschen Mana nachtanken. Ja, wobei, kommt grade. Ich geh kurz Mana auf für mich. Hm. Mhm. Das Türen mich mal kurz kaputt, dann porte ich mich zurück. Beziehungsweise ich... Ja doch, Port ist schneller. So, Entschuldigung, ver-verklickt. Äh, äh... Ja, holm erstmal noch Schrein hier. Ach, jetzt muss ich mir noch Schreine holen. Ein Schrein, hallo, ein Schrein. Nicht ein Schrein. Ein Schrein sitzt da rum. Achso, ein Schrein sind die Knechten. Frost-Kram-Hungerart. Hm, dann gib ihm was zu essen. Cookies zum Beispiel. Hey. Guck mal da rein. Zwei Bitches. Äh... Unten, oben, rechts, links. Wo geh ich denn hin? Äh... Ich geh runter. Weil... Ihr habt da oben auch ne Kontrolle wie's aussieht. Mitte scheint sich gemütlich platz zu klopfen wie ein Schnitzel. Und dann geh ich nach unten. Könnt glaub ich mit dir einnehmen, wenn wir unsere spät. Ich geh mein Schrein bis vorne. T-Tere, ich halte dich mal ein bisschen. Uhuhuhuhu. Vielleicht halte ich dich auch ein bisschen mehr. Komm doch wieder raus. Lass mich nicht allein. Oh, oh. Krieg ich dich noch ruck halt? Ja. Mann, 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 Mann. Auf dem letzten Loch pfeift er hier. Hm, Kerrigan fußt grad in der Mitte durch. Wollen wir da was machen? Ja, ja. Ich schnapp's mal. Ich hatte grad kein Mana mehr. Ich schnapp's nie. Frost-Kram-Hungerart. Ja, ja. Frostborn hat ne Erkältung, wir wissen's. Es war voll lustig. Ich hatte... Ich hab... War ja eben bei Garrosh. Hab mir den Bogen von meinen Lägerin geholt. Und da war ein... Der Main-Tank, der hat gesprochen wie der Pate. Luigi. Ich gebe dir eine Wirklichkeit. 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 Ich steh jetzt hier an. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Wollt man den schreien unten? Jo. Geh ich mit Arthas mehr auf Tank oder mehr auf was anderes? Das, was du willst? Das, was du willst? Also was Sinn macht in der Gruppe? Hauptsache Frostborn ist geschärft. Und jammer schön rum. Es ist halt... Hauptsache eins von beiden, also entweder mehr Tanky oder mehr Spanky. Achtung. Was denn? Nein! Nein! Ich habe gerade eben mein Alte mitgezündet und die Sau haut ab. Aua, aua! Also die erste Variante für Vala ist, auf diese Angriffs-Stacks zu gehen. Und das in deine Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Okay. Äh, danach gibt es glaube ich ein Talent, wo dir wieder den Dienst zurücksetzen, dein Pfeil. Genau. Ich weiß aber nicht in welcher Reihenfolge das ist. Ich muss es mir kurz anschauen. Eben der feste Truff. Auf den Muff. Kerrigan sagt zu mir, ich sehe ungesund aus. Was für eine Frechheit. Ja, haha, ich habe keinen Mana mehr. Lauf! Ihr kriegt nichts im... Ich gehe mal kurz, äh, zufeln. Ja, der Lili ist schon so eine... Bitch! Nein! Die ist klein, süß, knuffig und kann Karate, Kung-Fu und bestimmt noch Ninjutsu. Ich muss irgendwie an dieses Küken-T-Shirt denken. Wo dieses schlecht gezeichnete Küken drauf ist, kann Karate. Außerdem sagt sie mir, oh, eine Flower! Weil ich den Drachen sehr lustig finde, weil der immer so einen noch niedlich macht. Und dann, oh ja, Menschenköpfe! Ja! Du meinst, den fehlen Drachen. Ahaha, Hilfe! Da wollte ich ja gar nicht lang. Da oben ist Futter für dich. Arthur's Frostbone. Hier so, da. Guck mal. Guck mal, hier so, da kannst du essen gehen. Ich mag nicht essen. Ich mag hier Leute. Ja, aua, aua, aua! Es haut mich. Oben sind zwei, kommst du mit drauf dann? Da reiß? Und in der Mitte sind aber auch zwei. Direkt unter uns. Deswegen meine ich ja, da gibt's was zu spielen für dich. Hier hast du noch einen Drachen. Okay, die sind weg. Und dann machen wir mal Ultimate. Nom nom nom. Zack. Oh, da läuft noch was rum. Ich weiß, es ist nicht gut. Eis drauf, solange es Spaß macht. Ja, ne. Tata, tata, tata. Was nehmen wir denn? Increased duration. Increased basic abilities. Ja, hier. Das schönste in der Gruppe brauche ich Lily gar nicht auf Heilung auszulegen. Da reicht die Basis. Ach du Scheiße. Hm? Ich, äh, mach mal kurz weg. La, 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 la. In der Mitte sind sie gerade alle. Die wollen dich alle liebhaben. Merk schon. Ah, jetzt sind sie hier. Äh, das krieg ich nicht Gegengehalt. Nee, ich hau jetzt einfach nur schnell ab. Weil das, äh, schaff ich nicht. Ich kann noch Ultimate noch anmachen, aber das war's dann auch. Ja, jetzt sind wir alle zusammen. Oh. Dann fokust mal. Ich geh auf Lily. Einer könnte sich die Dings holen und beschreiben. Wir sind dran ein bisschen beschäftigt hier. So ganz minimal gegen vier Helden. Ja, vor allem, äh, wir haben keinen einzigen weggekriegt. Ja. Und sehen alle etwas, äh, Aua aus. Ja. Also, wär gut. Fokusten wär auch ganz toll. Komm mal oben in die Leiste. Oh ja, man sitzt gerade. Das könnte ein Problem sein. Kerrigan. Habt ihr noch? Nein, habt ihr nicht mehr. Scheiße. Ich hätt fast gehabt. Lily. Ja, egal. Alles. Es geht alles kaputt da oben. Ja, die sind jetzt alle kurz vorm Sterben. Bye, bye, my friend. Bye, bye. Noch einen mitgenommen quasi. Die Söldner, äh, Kruf, zeichnen sich gerade aus. Wir haben alles. Hm. Ja, ja. Wir pushen nämlich gerade oben und unten schön. Ich möchte hier ein paar Unterstützung haben. Danke. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Meine Fresse ist groß. Was mach ich bloß? Jetzt verreckt. Ich finde die Kommentare von den Kommentatoren auch immer ganz toll. Und das war eher entschuldig. Hm. Hm. Sollen wir noch was sehen? Hm. Ja, die Burg erstmal hier. Soll das heilen nicht vergessen, glaub ich. Hier sind zwei Helden, die fast schutz sind. Speichern von den Spirations von den Kapitän. Oh, 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 oh... Ich will nicht sterben... Ehhhh... oldest grönt. Ähhhh... Ich bin gestorben. Das sieht nur so aus. Das täuscht. In Wirklichkeit bin ich dein Pony. Dein Regenbogenfarbenes... Okay, auf die heulende Brühe brauchst man halt doch nicht an. Ich? Ich? Autsch Wohnt sich das nicht? Ja, es ist... Sieht ja eh gut aus, bis ich wieder da bin Hab das eh platt! Da war ich grad so gierig Nein! Fällt sich's mehr, als wenn's aufm eisigem Sturm geht, Sonny Wollen wir schon aufm Sturm gehen? Nein, wir haben eine Hunde Wie er noch entkommt, wie er noch entkommt, ich glaub's nicht Boah Du hast dich aber grad noch so gerettet Frostkram von Bart Was? Wow Ja, da musst du ihn öfter füttern Frostkram hat nur die Keeper Ich hab ja gehört, Hanuta soll helfen Oder was Knoppers Ne, Knoppers Gib, gib Frostmord ein Knoppers Nein Kinderriegel ist der Milchsieper Nee, Snickers Wenn's mal länger dauert Frostkram hungert Ja genau, genau das Sehr schön Okay, ich muss mich wieder an Photoshop setzen Ich seh's schon Aber die Frisur hin Ach, da kommen noch mehr, verdammt Was wollen eigentlich die ganzen Minions hier? Außer das Minions, keine Creeps Das sind doch nicht LOL Nö, das sind Creeps Minions Die haben auch alle Brillen auf Oder fast alle Mdudum, dudum, dudum Oh, wie machen wir denn das weiter? Ja! Ja, Anu passt mal, ein paar Drachen Ich stelle dich jetzt über die PGG Ich bin ja mal cool und chic von der Mitte Der Körner, der aus der Große zu euch Drei Stück hinter uns Oh Hier Einen Drachen Und noch einen Drachen Hab dich Nein, 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 die holen nicht hier Können wir jetzt einfach die Schreine holen Dann können wir deren kaputt machen Vielleicht gibt das auch extra Oder die Creeps Äh, Minions hier noch schulden Alles ist okay Wir haben schon einen guten Schnitt Wir sind schon Stufe 21 Mh, dann nehmen wir weiter Du gleich auf Ich geh Verstünde Das Lagern Sehe ja gleich gar nichts mehr Dann können wir das noch auf Na, nicht sterben Oh, fuck, 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 fuck Jeder hat mal raus Aber die fuck, 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 fuck Ich glaube, wir sollten allgemein machen Wenn ich nicht so Oben ist er dann So Äh, jetzt wirds kaputt gemacht Hier Ich muss eigentlich merken Ob die Musik hört Und zwar Das ist alles so stimmig Oder? Wie immer verbissert Ich lasse die Helden aber Ab deinem Rund Unsere Minions kaputt Und dann können wir gleich nochmal Helden zu finden Das ist alles Ich komm ja schon Uh, was ist das da da oben drauf? Uh, ein Schlau Um 10 Minuten Wir haben Jenner Ah, ich steige gleich aufs Dach Uhhhh, ich steige gleich aufs Dach Lalalalalalalalalala Oh, das ist ja hell. Was, wie, wo? Auf, lauf, weiter, mach Schaden. Er hält mich ziemlich effektiv hoch. Ich, ich. Oh, jetzt. Du musst dich wegkicken. Hahaha. Guck mal da, kleiner. Wohm'll denn? Entschuldigung, also ich war das. Ich habe ihn hier vorne noch bei mir im Übrigen. 23, 22, 21, aua. Der stirbt immer noch, äh, der lebt immer noch. Jetzt nimmer. Maisomat. Ich hätte einen Feitel auf dem Happen gekriegt. So, wir müssen wieder aufpassen. Ja, ich hab den Kuss nicht gebeten. Achso, ich habe keine Zweidrachen sammeln. Uh, haha. Ah, Lili ist mir jetzt vielleicht besser aufs Ziel. Ah, der ist wirklich weg-teleportiert. Ich glaube sie nicht. Der tut es rein. Reicht das nicht hier? Ah, die Creeps, Minions, wie auch immer, machen es gleich putt-putt. Ja, mit 22 kann man leben. Ja, ich würde auch sagen. Ah. Ah, komm 23. Ja, meins. Könnte klappen. Ah, da hat die Gegner noch oben. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Ah, dieser Stress, ah. Ah. Nee. Quadruple kill. Kurz vor 23. Aber die Scheinung exponentiell zu steigen, die, die XP. Ich habe hier. 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 Vielen Dank.